Robin, kommst du schnell ran? Sitze, dann mal mal den Pablo rufen. Pablo! Soll ich jetzt hier herkommen? Nein, du bist dann direkt hier. Yes. Wo ist der Atom? Der Atom doch mal im 2021. Okay. Warum? Nicht nur, weil wir vergessen haben, im 2021 die Wiener zu Karten zu verschicken und ihr alle bis heute noch darauf wartet, sondern auch, weil wir im 2021 ein neues Büro bezogen haben. Ein feines Studio, das wir euch noch gar nicht davon erzählt haben. Wo dann aber doch einige Probleme und Baustellen mit sich gebracht hat. Wir haben angefangen Pesteln, Demontieren, Material kaufen, mehr Material kaufen, Schleifen, Entzogen, noch mehr Entzogen, Wir sind gerade im Baulift. Sägen, Zeugskommit schlagen, Autobahnen sperren und schlussendlich sind wir auf eine halbe Baustelle gezogen, weil wir aber zu viele Projekte hatten und von zwei Standorten aus nicht mehr arbeiten konnten. Dort sind wir aber noch nicht fertig gewesen. Wir mussten noch Böden bauen, Dumme R**** du Eiländer! Fahr mal ab! Nageln macht süchtig. Wir mussten Wände bauen, sind über das Putzteam gefahren und haben Glastrennwände eingebaut. Und was ist jetzt eigentlich mit der Küche? Gestellt, zahlt, nicht einbaut. Aber unsere Büros sind einigermassen fertig, das muss man sagen. Glaserwände stehen, Boden sind Tisch drin und Ruhe haben wir auch. Boden sind Tisch drin. Während wir aber auf der Baustelle gearbeitet haben, sind wir natürlich noch am Unternehmen porträtieren. Der Firma Salmoni machen es die, die wissen, was es geht. Bötli fahren, Bötli gefahren, Bötli gerettet, Mode am Shooten und St. Gallen unsicher gemacht. Ja, die haben richtig unsicher gemacht. Das Produkt am Rotieren, Spezialisten am Filmen, Scouten, How-to-Videos am Drehen, gefährliche Spiele mit Pablo gespielt. Das Blut dann aber spenden. Leute am Zuhören. System laufen, wäre ich mir nicht sicher gewesen. Warte schnell. Viele Leute waren am Zuhören. Viel Alkohol ist getossen. Unsere Kunden mit Blümchen oder Farben werfen. Mit dem Roger sind wir Trämmchen gefahren. Mit dem Chris wie die Wilde durch Basel rennen. Aha! Flieger versoffen. Flieger versoffen, da haben wir vor allem schon das Problem mit dem Tierschutz. Haben wir den Treiben, Willi und Kaffee fliegen? Hey, mir hat keiner Flieger etwas leid hier. Das wird ja so eine Unterschiede. Für Banken drehen. Unsere Welt. Campus eröffnet. We opened our Novartis Campus in Basel. Festchen geschmissen. Huh! In der Schweiz herumgereist. Hey, Martin! Musik am Hören. Standheizung im März, aber trotzdem Schnee auf der Scheibe. Ah! Und Pindrohnen am Biegenzimmer. Ich glaube, der ist kaputt. Ich glaube, der ist kaputt. Ich glaube es nicht. Jeden Tag. Ich glaube es einfach nicht. Alles in allem. 2022. Top-Jahr. Top-Jahr. Wunderbar gewesen. An dieser Stelle. Dank geht draussen an Kunden, Partner, Verwandte, Freunde, Mitarbeiter. An alle, die uns dieses Jahr unterstützt haben. Und ganz wichtig. Reisegruppen. Reisegruppen. Aber das Datum steht noch nicht fest. Wir wünschen euch. Wünschen euch. Wünschen euch. Wünschen euch. Wir wünschen euch. Ins neue Jahr. Ins neue Jahr. Merkt das, ins neue Jahr stammt einmal. Ein wunderbarer Start ins neue Jahr. Und wir sehen uns spätestens wieder. Zur Büroeröffnung. Bei uns im Studio. See ya. See ya. Okay. Peace. Das ist gut. Nein. Ich kann so haben sie mal meine. Ah.